Mach die Stadt kaputt! Ich meine, ich hab schon 83, ne? Aber der Zug da, das war ja doof jetzt. Wie die Bekloppte... Nein, guck mal, Zug! Das haben wir noch nie erlebt, halt. Trotzdem, die so richtige Dorfspastis. Ich werde einmal in der Woche den Zug durch. Boah, cool, ich hab ein Baum abgeholziert und einen Haufen Schmetterlinge rausgekommen. Ob das cool ist, wenn ich einfach so abbaue? Stimmt, also ich glaub, solange man nicht machen, was übrig lässt. Tödelalnnn! Tödelilnnn! Tödelulnn! Tödelulnnn! Tödelulnnn! Ja, ich freue mich über jeden Blitz. Da denke ich an Batterien. Denk, denke ich da. Oh, krass. Wie viele Batterien haben wir denn hier schon? Eins. Zwei. Drei. Vier. Boah. Fünf. Krass. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Alter. Sonst gewittert man weiter. Da hast du bis morgen noch mal... Oh ja, die Bienen sind fertig. Also, du hast... Ne, kein Stern bei den Bienen. Oh, Nick. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt Batterien? 22 Stück. Soll ich mal die Hälfte reinpacken? Nur alle verkaufst du jetzt mit 10.000. Boah. Ja, ich würde doch ein paar behalten. Wenn das das letzte Gewitter ist, ne? Weiß nicht, wofür wir es dann benutzen können. Ja, aber die Hälfte kann man eigentlich schon... Ja, ja, hab ich jetzt... Machen wir noch ein bisschen Holz so lange. Ja, Holz und ich mach hier dann doch direkt ein paar Eier. Milch. Wie viel Holz haben wir jetzt insgesamt, weißt du das, ne? Ich hab 170 ungefähr. 367. Ja, haben wir es doch gleich. Okay. Ich hab Eisen, ja. Ne, Stahl halt. Ja, Eisen musst du haben, weil sonst kannst du die großen Dinger abbauen. Ja. Du hast Eisen. Nein, Stahl heißen die. Stahl ist es. Weißt du, Stahl wird aus Eisen gemacht. Nimm doch Eisen-Dinger. Ja, Stahl ist eine Mischung aus Eisen. Verschiedenen... Ja, Eisen ist eigentlich ein Überbegriff, ne? So ein bisschen... Aua. Eisen-Männer. Ja, du Graufreud. Ich hab 454. Wie viel hast du? 40. Okay, was hat ich 150 braucht man noch für das andere? Was? Für die Mühle. So. Ich guck nochmal bei Stein. Okay, Stein ist, äh, easy. Das ist nicht so schlecht. Ja, ist doof. Äh, ich hab grad mal vier Minuten vom Part. Und hier ist schon wieder der Tag rum. Mach mal einen Partner, oder? Und dann... Ja, muss mal gucken, dass wir es irgendwie timen. Dann machst du halt einen Partner mal ein bisschen länger. Ja, abbrechen können wir nicht. Das geht nicht. Ja, ich weiß. Und das Tollste, was ich hab, tue ich hier rein jetzt. Muskelein hier aussetzen wollen. Auf der Truhe. Okay, das reicht sogar. Äh, ab ins Bett. Halt. Ja, aber noch. Mayonnaise. Das ist, äh, blub. Jo, jo, dat. Wow. 5.000, krass. 5.500, nur für die Batterien. Fernseher. Super, Seekugel. Ah, guck mal hier, unsere Sprenkler. Jetzt sieht man die nochmal richtig. Ja, genau. Wenn du so halt zwei nebeneinander machst, dann sparst du dir das. Dann haben wir uns dieses ganze Blumenkießen hier. Ja, oder eine Kanne, die halt fünf Felder machen. Dann müssen wir die so anordnen, dass sie... Ja, aber dann musst du trotzdem immer gießen. Ja, hier musst du auch nur eine Reihe runtergehen. Ich denke mir auch, wenn du jetzt das alles mit den... Dingern da machst, den Sprenklern, brauchst du viel zu viele für die Massen an Blumen, die wir haben. So ganz wirst du ja noch nicht ohne auskommen. Da brauchen wir noch den... Iridium-Sprengler, das ist der Beste. Aber Iridium, ne? Musst du ja erstmal auch das Iridium haben dann. Um so viele zu bauen, wie du brauchst. Ich bin nicht für sowas, aber. Denk mal, Gewächshaus, da lohnt sich's dann auf jeden Fall, wo das ein ganzes Jahr dann alles kommt. Oh, ich kann mal ernten. Jawohl, Rotkohl! Boah, da hab ich jetzt Hunger auf Rotkohl! Und? Ne, mir lohnt noch nicht. Manche von den Dingern, die pumpen immer noch hier. Da gibt's noch mehr Batterien. Wo ist meine Kuh drin? Ach, boah, ich dachte, sind die mehr weg. Na, und sind auch Batterien. Ja, hier oben auch. Vor allem manche von denen beben noch. Da kommt, glaube ich, nochmal was. Ja, hier ist noch eine. Ja, die können sich selber dann fortpflanzen. Dann können wir die Kühe verkaufen. Auch eine Idee. So, aber ich geh mal. Warte, ne, Rotkohl. Gucken wir doch direkt mal, ob wir den hier reinpacken können. Nice. Mussten wir Rotkohl... Ach, das Fest hat begonnen. Oh, nein! Ach so, heute ist ja dieses Fest. Das passt mir jetzt so gar nicht. Nee, gell? Hast du genommen, ich nehme Peperoni mit? Oder nimmst du Peperoni? Nee, ich habe hier die Tomate. Mit Skern. Mit Skern. Da habe ich hier drin keinen Platz mehr, Mann. Warte mal, ich fache da. Die hauen wir weg. Also, was heißt weghauen? Nicht natürlich. Und die Standard-Radies sind auch. Nein, die nehme ich mit. So. Was finden wir mit den Schildern? Fink! Einfach unten dran klicken. Einfach kein Schild. Doch. Na, warte, da brauchen wir jetzt noch nicht hingehen, oder? Geht um neun los. Warst du bei den Hühnern? Ja, nicht du, oder? Ist das nur deine? Ja, ich war jetzt noch nicht da bei den Hühnern. Du kümmerst dich nicht mal um den im Gehege. Ja, siehste. Wollte ich auch beim letzten Mal schon machen. Letzte Folge. Was weiß ich. Du überfordert mit den Hühnern, oder was? Guck mal, wie die heißen. Boogie. Vor allem das weiße. Bomber. Ne, ist weiße. Bomber, oder was? Ne, ist weiße. Das kann ich nicht anklicken, das ist das andere da... Jetzt... Ich hab einen weißen Bomber MC Bomber Ja, das kann nicht sein Nee, ich hab doch mit beiden Nee, fahr ich bang jetzt Die werden nicht glücklicher, ich glaub die brauchen mehr... mehr Gäsche Ich denk erst auf sein, wir müssen doch nicht hingehen und jetzt rennt er hin Das ist kackfest, ey Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle anquaken will Nee, das mach ich auch nicht mehr Ist das glaub ich sogar am Strand, oder? Oh, wenn das unten... Ja, da kann ich doch noch hochgehen, wenn die noch da ist Das check ich auf jeden Fall Kannst du bei Pierre gucken, ob der auf hat? Bin jetzt schon oben Ja Halt diese Büschel kaufen Ja, die rennt auch da rum Ey, sie ist verschlossen Boah, komm Aber es ist Donnerstag, eigentlich hat er da auf Ja, aber wie denn, wenn das Fest ist? Mann, hier auch Kann der nicht später hingehen? Können wir das Fest nicht am Wochenende immer machen? Ich pack da einfach ne Batterie in die Suppe Oh, das geht ran Hehehe Ah please Something So ein dummes Geschenk. Damit du auch mal nen Tanzpartner hast. Oh, ich hab auch noch nen Treffer. Alter. Ich hab fast überall, bei jedem von, also fast bei jedem mindestens zwei Sterne hier. Ich weiß noch nicht, die Penny ist komisch, weil ich weiß nicht genau was sie mag. Die reagiert immer so komisch. Gottes Lachs. Ich hätte ja niemand wussten. Brauchen wir glaube ich nicht mehr. Gottes Lachs, oh nein. Ich hatte es mir mal gemerkt, welches noch sind. Wir brauchen noch nen Aal. Glasaugenbarsch, Aal. Glasaugenbarsch mit nen Aal, das war's. Und nen Sandspringer. Und Sandfisch, irgendwas in der Art. Na komm, go. Go. Ah, guck mal, da ist doch meine, meine Lea. Oh, das hat geklappt, geil. So, wie siehts denn aus jetzt bei ihr? Noch ein Herz fehlt mir, also von den nicht ausgegrauten. Und hab schon zwei Geschenke gemacht die Woche. Geil. Ähm, irgendwas läuft hier falsch. Hier müsste jetzt das Fest sein. Stimmt eigentlich. Kein Fest. Stimmt ein Bug. Oder wir sind zu spät. Und, äh, no, was ist denn das jetzt? War das wirklich hier unten? Wow. Ja, das war hier. Stand doch grad noch warte auf Spieler 2. Bevor ich runtergegangen bin. Kommt der nicht von alleine, weißt du? Ja. Aber ich dachte, das mit der Suppe... Ah ne, das war, das war das Erntedankfest wieder, ne? Kommt, wir gehen nochmal beide raus hier. Ja. Ja, was du meinst, ist dieser Kirmes. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Gehen wir zuerst? Hm. Kommt bei mir ganz kurz die Meldung auf. Und man schädt Bar drauf im Spiel. Aber dann geht es sofort weg. Das ist irgendein Bug. Warte mal, ich geh nochmal hoch. Geh mal ein bisschen später rein als ich. Dass die Meldung bei mir länger da bleibt, wenn das überhaupt geht. Kommt die bei dir? Achso. Ja, die kommt ganz kurz. Man kann es nicht mal lesen. Nee. Kaputt. Was konnte man da eigentlich gewinnen? Weiß ich ja nicht. Der Bürgermeister, nee, der Erkörperner hat halt diese Suppe getestet. Und gesagt, ob die gut ist oder nicht. Bei mir war es jetzt zweimal so, dass sie jetzt durchschnittlich war. Und mehr auch nicht. Und ja, ich weiß nicht, was es ist, wenn die super gut ist. Toll, jetzt schaffst du es auch nicht mal mehr in den Laden. Oder? Pierres können die noch packen. Wenn der auf hat. Es ist schon 17.40 Uhr. Glaub ich bis 18 Uhr auf, aber... Natürlich hat der verschlossen, weil der kackfest ist. Was ist denn das? Müssen die echt noch ein bisschen besser machen. Das ist das irgendwie so total... ...ein Tag für den Arsch. Wir können nichts einkaufen. Und dann nur noch ein bisschen hier... Wir können rück ins Bett. ...farm machen. Farming. Farming! Ich guck mal, ob ich heute noch einen Alpha finde. Ja, ob es so genau, wo es denn gibt. Ich hab oder im Teich. Bei Regen wahrscheinlich. Müll raus Müll, aber da kann ich ja wenigstens noch ein bisschen angeln nach diesem Stoff Ich bin unten am Teich angeln Hier ist auch noch viel Zeug in den Bäumen Ahorn, Eichensirup, hier ist noch mal ne Batterie Das geht so ab Soll ich nahe sein? Zeitung Oh, da war ich zu langsam Wo angelst du? Na unten im Müll Tümpel So, brauchst du Müll oder wo? Na für den Stoff Zeitung Ja, wir haben ja immer noch nur eins Kann bestimmt dann auch mit Baumwolle das später herstellen Oder Schafwolle Klar, muss ja Muss ja auch normal rankommen an das Zeug Wie Frau Ich hab auf jeden Fall da nur ne Kuh Na heute nicht mehr Na dem Part ist doch Schluss Na dem Part ist doch Schluss Ja stimmt, beim nächsten Mal Ich will es noch nie, weil ich wieder killen Machen wir dann aber direkt erstmal ne Notiz Was wir denn alles machen beim nächsten Mal Sonst vergessen wir es in zwei Wochen wieder Wenn wir jetzt nicht eher wieder dazu kommen Ohja Ohja, da können wir eigentlich jetzt auch noch beenden Ich pack nur noch die Zeitung rein Äh, äh Haben wir noch Eier zufällig? Ja, zufällig, ja Ja, ab ins Bett Oder warten wir Ah, komm mal, Käse ist schon fertig Der andere müsste auch gleich raus ploppen Ja, da ist er Warte Die Eier brauchen jetzt eh noch länger So Also vom Zocken Ich könnte nächsten Mittwoch aber dann nicht so lange Nur bis 20 Uhr, wenn ich dann arbeiten muss Weil ich hab die ganze nächste Woche Nachtdienst Ja, Mittwoch ist ja eigentlich momentan ganz gut Weil AG fällt ja aus So, gucken wir noch hier Also ich könnte halt vom Nachmittag bis 20 Uhr Das geht dann schon 4.000 auch nicht schlecht Ja Läuft doch viel mehr mit dem Geld Ich will nur noch mal kurz gucken, ob da jetzt Stoff rauskam Ich meine, durft, weil wir nicht so was speichert Der ja eh nicht hier Ja, geil, wie nicht? Okay Doch das war's erstmal wieder mit der Session Danke fürs Einschalten Und gib den Daumen nach oben Und Abonnieren und Glocke nicht vergessen Und ja, haut drin bis dahin Tschüss Schlocke 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 Tschüss 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 Tschüss